Jetzt schauen wir uns mal drei Produkte von der Firma Botner Pyrotechnik an. Nummer 1 dieser Dreier-Serie auf Position 27, das Dreiklangbombenrohr Prokat. Und direkt danach auf der Position 28, ebenfalls Botner Pyrotechnik, Dreiklangbombenrohr, Glitterflitter. Glitterflitter. Krass, hinter mir ist eine Elfe. Und auf der Position 29, ich bin ein Pyrotechnik. Auf der Position 29, ebenfalls von Botner Pyrotechnik, für die harten Gesellen BKS 3 Dreiklangbombenrohr. Bam, bam, bam.